hallo liebe community family und zuschauer ich bin es wieder euer gmattico mit der 35 folge von jackson 3 er klingt begeistert wie immer schnauze der der gegner allein ist nicht so schlimm aber der mob dieser flash mal wo steckst du auch da die konnte ich bisher immer gut ausmöglichen da ist einer gefallen glaube ich denke ich hoffe ich meine ich hoffentlich nicht aber das so aus neue strategie ich glaube die 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 kreuze nach oben halten muss ich auch rennen töten rennen töten weil ich glaube die tun diesen fluch da anzetteln und die füllen das glaube ich um also ich werde na klar erste also ich denke mal die erste fasse wird so aussehen denke ich mir mal da ist rot tot ihr versteht und dann ich glaube ich werde dann mir mal auf die dicken schnappen weil die ich weiß nicht die ich glaube ich kann mir gut vorstellen so ok nächster ok so ihr mob i'm coming so das war der erste streich nein lass das so ich muss wissen wo du jetzt steckst oh schöne rolle ja 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 das tut aua ach das sind meine seelen ich glaube die hole ich mir mal ab ist doch bei euch suche ein Kerl der rot leuchtet ach da da steht ein bisschen außerhalb das ist gerade sein Fehler das war die säule das hier neben mir noch da ein bisschen ist der ist doof der ist doof der ist doof ich tue so ich krieg nur hin fuck you alter lass das weh wieder nur die säule wieder nur die säule oder daneben eins von beiden der ist doof hi ho 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 ja ja get this up jetzt muss ich hier aufpassen glaube ich denke ich 9 irgendwo hier sind noch welche nein 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 lastas alter jetzt kommt es doch an jetzt rein eine Olga ja feilt alle um kleine Puppe brauche ich die hurra heiliger gute Arbeit ja gute Arbeit sehr gute Arbeit alter war das ein ich muss mich mal kurz am Bauch jucken ja wo soll ich jetzt hin kleine Puppe kleine Puppe ich kann durchs Tor das ist so war das nicht geplant aha ich kann durchs Tor das ist doch noch das Vieh ich gehe einfach durch ich renne durch ich renne durch so jetzt kann ich mir mal die Stadt angucken rennen 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 nix da tu kriegst mich nicht haha wir treffen uns mal später wieder so jetzt bin ich ja hier das ist schon mal sehr schön ok ich will ich bin ich bin mal gespannt was für Gegner mich hier erwarten wenn ich über 60.000 Seelen habe werde ich ja gut oh 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 ich gehe jetzt nix difference Honda das ist ja riesig hier ok dann legen wir mal los neues gebiet neues glück aber sie doch wissen schlecht aus was oder das ist ja namen seele der arm schaut rum wie ein kleines kind vielleicht befreie ich dich vielleicht auch nicht mal gucken jetzt schon mal kleine seele eines kaputten trägers ich habe mich noch einfrieren ich habe mir gar nicht aufgeschrieben wie ich gestorben bin 1 2 3 4 4 5 mal ich trage mir fünf mal ein besser als nichts ihr könnt mir mal reinschreiben wie viel mal gestorben bin 1 2 3 4 der stirbt mir nicht ich bin sowas von dopp deathcounter nächste mal mache ich mir was das denn nein 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 verpiss dich die 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 Ich werde diesmal schneller. Na und? Na komm. Ich zeig was du drauf hast. Na. Tschönen für die Follower Updates. Abro Follower 76 immer freitags bei mir auf meinem Twitch und YouTube Channel. Gut. Das war Nummer 2. Nummer 3 war hier oben irgendwo. Ne große Titanschabe. Das freut einen. Alter. Na was haben wir hier? Mal gucken. Irgendwo könnten ja Leichen rumliegen. Habe ich jetzt den Gärtner niedergemetzelt? Ja. Ähm. Jo. Hm. 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 Ähm. gerieter bunter Oh mein Gott, ich weiß. alter da oben sitzt er was oh man ja toll ach ja, toteintragen ich hasse es jetzt schon die Seelen sind wieder weg, weg, weg der ist ja noch nie im Boss die Ich weiß, man sollte die Knoten nicht so verschwenden, aber ich habe keine Wahl. Na, wollen wir spielen? Äh, lass das mal bitte in deinen Hals. Das war ein Fehler von dir. Ich will eigentlich nur meine Seelen wieder haben. Das Ding ist, da oben steht einer. Ich weiß nicht, ob ich den besiegen kann. Und da runterspringen? Naja. Gehen los. Ich will eigentlich nur meine Seelen wieder. Aua! Da geht mir jetzt schon auf den Geist. Ich muss hier erstmal runter, hopp runter, hopp runter. Da geht's. 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 So, Freunde. Dich hole ich mir jetzt. Was haben wir denn hier? Ist das ein Hinterhalt? Ja, das war ein Hinterhalt! Immer folgendes, ich werde gleich weggehen und meine Seelen Nein! Umsetzen Nix da Mal wie es aussieht Alter Ich verpiss mich Warte mal, ich habe doch den Heimatknochen, ne? Fall war entscheidend So Liebe Leute, ich werde mich dann nächste Folge dann ein bisschen ausrüsten, verbessern Und, und, und Ein bisschen in Stärke, Belastbarkeit Aber ich bedanke mich erstmal für das Zusehen Sag mir immer, so gut, ciao! Bis zum nächsten Mal, euer Gementico ist Raus! Kurz und schmerzlos Leute Links auf der Säule, die letzte Folge des Projekts Rechts auf der Säule, ein anderes Projekt Schaut da mal rein Und was Erik in den Schnabel hat, ist mein Kanal Lasst mir was da Und Charlie kommt da auch schon angeflogen mit Ein Kanal, den ich euch ganz herzlichen will Schaut da mal rein In dem Sinne Zock gut, ciao! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!